Ich denke, los, 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 das ist doch keine Prost, du hast einen Werkzeugkasten, Scheiße. Yo, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Leute, ich bin mal wieder mit der Wi-FaD am Start und soll ich euch was sagen? Ich habe absolut Bock, mit dir jetzt ein Video zu machen, Lukas. Alter, was geht? Oh, warte mal, es ist der 21.1. des Welt-Internationaler Gegenteilstag. Ich habe überhaupt keinen Bock, mit dir ein Video zu machen. Meinstellte, was ich meine. Also hast du ja dann Bock. Ja, keine, oh, f... Worauf ich noch weniger Bock habe, meine Freunde, ist mir heute anzugucken, wie unglaublich schlecht meine Teammates in Rust sind. Deshalb, Leute, schauen wir uns heute mal Trimax Rust-Fails an. Es gab ja gestern schon diese geile Folge, wo Trimax mit dem Heli, den wir uns versucht haben zu klauen vom Atmen, einfach gegen den Berg geflogen ist. Geile Nummer, Lukas hat den Clip eben auch gesehen. Hier nochmal eine kurze Rückblende. Oh, ne, nicht Trimax. Achtung, Leute! Nein. Und jetzt schauen wir uns die restlichen Fails an, die ich wahrscheinlich alle nicht mitbekommen habe und wahrscheinlich werde ich danach den Server quitten. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen mal ganz kurz rein, was da so los war bei Max in Rust. Ich bin, by the way, immer noch verfeindet mit Trimax, ne? Der hat mich einfach random gekillt. Alles klar, Lukas, du bist auf einem anderen Server? Halt einfach den Mund ganz kurz. By the way, wo ihr gerade dieses Video seht, meine Freunde, gerade läuft noch ein Stream, also da könnt ihr auf jeden Fall mal gerne reinschauen. Let's go! Ey, ey Max, Max, hörst du mich? Ey, ja, ich hör dich, was ist denn? Na, nice, ey, ey, den Panzer machen wir gar nicht kaputt. Junge, Max ist immer so sauer. Ich bin 40 Mal gestorben, ich bin dauer tot, die ganze Zeit immer. Oh, der erste Server, Junge. Okay. Geil, Kevin, geil! Sehr, sehr gut, sehr, 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 sehr gut. Okay. Der hat auf jeden Fall wie normaler Mensch geredet. Der Energie hat noch dein Pferd. Erzähl mir nicht von random Pferds, Lukas. Keine Energie, keine Energie. Ja, du musst das füttern, du musst das füttern. Füttern, Pferde füttern. Ich fütter doch auch nicht mein Auto. Hä? Man tankt das? Pferde füttern, wenn das Ding aufhört zu reiten, kriegt das Ding einen soliden Kopfschuss. Der hat gestern, gestern hat der wirklich einfach, also auch nochmal zu sehen in dem Video gestern, hat der einfach, als er in den Heli eingestiegen ist, hat er sich vor sein Pferd gestellt, den dreimal in den Kopf geschossen und hat gesagt, ich habe jetzt einen Helikopter. Und das hat das Pferd einfach erschossen, damit es kein anderer haben kann. Das ist ein Pferd füttern, holy shit. Soll ich von A nach B bringen? Oh, hallo. Alter. Oh, hallo. Du schon wieder. Was hat der für eine Brille an? Und, was war's? Hast du das erkannt? Ja, Pokémon, habe ich nach einer Sekunde erkannt. Pocke. Sehr gut. Jetzt hättest du mich enttäuscht, wenn es nicht so wäre, ne? Ja, aber ich enttäusche dich, weil ich Pokémon sage, wie Chef Strobel. Tschüss. 3K geschrieben bei dem Video. Max ist irgendwie lustig geworden, oder? Ich glaube, Max hat so mittlerweile so einen Screenwriter, der im Jokes macht. Yo. Tomatra? Ja. Ich kann dir kurz SMG craften, ich habe alles. Das sieht hier aus, als könntet ihr einen ordentlichen Farmer, einen ordentlichen Gärtner gebrauchen. Junge, das ist so ein smarter Mensch gewesen von ihm. Da könnt ihr viel mehr Essen rausholen. Ich kann euch unendlich Essen machen. Das finde ich, das ist gut. Das ist ein Argument. Warte mal, Max. Wir müssen uns ganz kurz besprechen, ja? Wer denn, der holt jetzt einfach alles in der Haut auf. Das Ding ist, er hört uns eh da draus, das weißt du. Ich kann reingehen, er wird das weh. Nein, nein, nein. Max, geh mal bitte noch einen Schritt nach hinten. Okay. Oh, Alter, das ist ja ein gewisser Sound. Okay, wir Themen sprechen. Der hat den Pferd. Wie er sich da wieder fühlt. Wie er sich da fühlt, Junge. Das ist insane. Dann kann ich zu Romatra kommen. Als ob ich mich mit denen verbündet. Die haben meinen Anzug geklaut. Die haben meinen Anzug getragen. Morgen ist... Ach, sch***. Morgen ist Sonntag. Oh nein. Was? Oh. Hä? Ist sie morgen Sonntag schon? Ja. Hä? Hä? Hör mal auf jetzt, das ist doch scheiße. Ich sterbe, ich sterbe. Oh. Ich bin wirklich tot, ich verplute, ich verplute. Jetzt hast du Bandagen, hast du Bandagen, ich verplute, ich verplute, ich verplute. Ist das jetzt neues? Das war scheiße. Der schlägt nicht. Ja, das hat die Bandagen. Irgendwer anders hat die Bandagen genommen. Hast du noch welche? Ja, Marc hat nicht gerade welche genommen. Hier. Ja, jemand hat keine. Hier, hier, hier. Da, da, da. Braucht Bandagen, braucht Bandagen. Der braucht gar keine, guck mal, der braucht diese. Der braucht diese. Soll, Digga. Wie hab ich denn alles abbekommen? Hab sie gegeben, hab sie gegeben. Nimm sie schnell, nimm sie, nimm sie, nimm sie. Er schlägt. Geht weg, geht weg, geht weg. Ich hab Feuer, geht weg, geht weg, ich hab Feuer. Das sind Ältze, die machen doch nichts, oder? Das ist so komplizierend Bär. Ein Bär. Wieso ist das Reh schneller als ich? Alter, wie assi. Oh nein, ein Bär. Oh nein, oh nein. Kaffst du das Reh an, das ist viel fleischiger als ich. Und er zeigt sich einfach wie assi. Die Werkzeugkasse kann jetzt mal ein Schokoriegel drin sein. Oh Gott, ne Hose. Ne Hose. Stell dir vor, du hast so richtig Hunger, bist fast am Sterben, schaffst du endlich irgendwo anzukommen und findest in ner F****n Brotdose ne Hose. Das ist doch keine Brotdose, du bist ein Werkzeugkasse, Digga. Los, los, los. Aber auch in den Werkzeugkassen macht ne Hose keinen Sinn, ey. Ja, aber auch kein Schokoriegel. Das ballert alles nicht so richtig rein. Wir müssen rüber, Aromata, wir müssen mal Reh, die, guck dir mal den Hinterhalt an. Halt dich hier, halt dich hier voll, halt dich hier voll. Ich heile voll, automatisch, ich hab den Kürbis geballert, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm jetzt, bitte mit. Du isst. Du isst in real life. Siehst du, das ist mein Team, Alter. Ich werd angegriffen, ich bin im Hinterhalt. Wo ist mein Helm? Und jetzt guckt er, jetzt zieht er sich noch in den Helm an. Ich blute, ich hab zwei Blutungen. Ich hab meine Blutungen, was? Hey. Hi. Wer ist da? Ich bin's. Maxi. Moin. Maxi. Hi Maxi. Moin. Hi Maxi. Moin. 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 What the fuck? Das war so geil, Junge, Lukas. Das war nie. Junge, das war so geil. Das war so funny einfach. Mann, Alter. Wie geil. Du musst den Speer aufladen und dann in den Hals. Das ist One-Shot. Wirklich. Warum hab ich das Gefühl, dass ich hier gleich wieder sterbe? Ich hätt gern deinen Stein. Mach deinen Stein. Reapers, du musst den Speer aufladen. Rechtsklick aufladen. Lad mal deinen Speer auf, Reapers. Okay, das ist der einzige Stein, den ich hatte. Ja, und jetzt linksklick und dann ist Ultra-Damage. Ich lad auf. Das ist aufgeladen. Nein, nein. Oh, Reapers, lass sie. Aua. Nein, nein, nein. So Assis, Alter. Max ist so, ein Assi. Hör auf, hör auf. Man kann sie doch retten. Hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Hör auf. Zeh strubbel lass sie. Mit dem Stall. Digga, dieses ganze Team besteht nur aus voll Idioten, Alter. Der strubbel, sie ist nur verwundet, wir können sie noch retten. Dre ist schon tot. Und das macht mein Team, weißt du? Das ist so asozial. Junge, 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 ach man. Ich habe meinem Pferd einen Apfel gegeben, das geht ab wie ein super schnelles Pferd. Geiler Vergleich, geiler Vergleich. Ja, es geht nicht. Max, lass es. Ist das Steiner vorhin gerade? Oh, was willst du denn? Holy Shit, Mann. Oh, nice skills. Mistviech. Ich habe einen Löwe angegriffen. Ein Löwe, ein Löwe, ja, nice. Du hast einmal gegessen und willst mich sofort lustig. Jungs, bitte, lass dich nicht alleine. Warum? Hallo, ich habe mir das Bein gebrochen, ich liege auf dem Boden. Hallo? Hallo? Mein Bein ist gebrochen. Ich bin verwundet. Ja, ich bin gestorben. Hat er gekillt? Karusa hat ihn auch noch gekillt. Hat er sich heilen? Seine Leiche wird gerade abgebaut. Ich höre dich. Was? Digga, das Ding ist, Max baut bei uns eine riesige Farm. Der macht die ganze Zeit nichts anderes, Lukas, ne? Ja. Und diese riesige Farm hat bis jetzt wirklich noch nichts. Noch nichts gebracht in sechs Spieltagen. Noch nichts. Außer, dass sie sauviel Materialien kostet. Das war's. Aber er hat wirklich immer viele Kürbisse. Das muss man mal dazu sagen. Nee, nicht mal. Beeren, Beeren. Ich muss den ganzen Tag 100 Beeren essen, damit er Samen bekommt. Hallo? Hallo? Könnt ihr mich hören? Digga, was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Wer ist da? Ist Wieland zu Hause? Nee, ich bin alleine. Wieland ist das nicht zu Hause? Ja, wir wollen nur Musik machen. Wir machen nichts. Nee, ich bin nicht alleine. Der Ding ist das hier noch. Ja, ja. Wir spielen. Wir machen den. Wir sind ultra viele. Wir sind hier, wir sind zehn Leute hier. Ich bin's. Maxi. Ganz weird, Digga. Ja, Leute. Das ist auf jeden Fall mein Rust Team. Ich bin absolut stolz, mit diesem Jungen zusammen zu spielen. Ich würde sagen, das war's für dieses wunderschönen Video. Wenn ihr mehr Bock auf Rust-Countern habt, checkt auf jeden Fall jetzt gerne den Stream aus. Und schaut gerne bei Valve vorbei. Da gibt's schlechte Gameplays und nen super ekliges Facecam. Macht's gut. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.